Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime und das ist die erste Ausgabe im neuen Jahr 2024. Happy New Year euch allen, ein frohes und gesundes neues Jahr wünsche ich euch und ja, ich hoffe es geht euch gut, ihr seid gut reingekommen und natürlich ganz wichtig, ihr seid auch gesund. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir starten doch sofort in die beiden neun Fälle für dieses Jahr, die ersten beiden Fälle. Wir gehen in das Jahr 1994 da in die Niederlande und danach im zweiten Fall bleiben wir hier in Deutschland, ins Jahr 1981 gehen wir dann, also seid gespannt. Ja, im ersten Fall für heute in den Niederlanden oder aus den Niederlanden geht es um den Mord an Kafer Güngör. Ja, er wurde 1940 in der Türkei geboren und war verheiratet, hatte zwei Töchter und einen Sohn und in den 70er Jahren ist die Familie Güngör in die Niederlande dann ausgewandert. 1994 hatte er nicht viele Kontakte, er war Metzger in einem türkischen Geschäft, 54 Jahre alt und so sehr zurückhaltend. Er ging nicht oft raus und war wohl, ja, auf der Hut. Und ja, was das zu bedeuten hat, kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Ich habe das auf jeden Fall so herausgelesen, dass er auf der Hut war. Vor wem, was oder keine Ahnung, das ist natürlich bis heute hin offen. Es war der 2. Juli 1994, ungefähr um 6 Uhr morgens hörten Anwohner Schüsse und das mindestens 6 an der Zahl. Ja, leider wurde Kafer getroffen vor seiner Haustür und er starb leider Gottes noch vor Ort. Ja, natürlich kommt hier die Frage auf, ist es hier eine Verwechslung oder ist es hier wirklich gezielt auf ihn, ein Attentat, sage ich mal, verübt worden. Das ist wirklich auch schwierig zu sagen. Und natürlich, solange man den oder die Täter nicht gefasst hat, kann man das natürlich auch nicht wirklich, ja, beantworten. Es gab hier Zeugen, die zwei Männer gesehen haben wollen, nachdem diese Schüsse gefallen sind, die aus dieser Richtung, wo Kafer dann gefunden wurde, flohen. Es ist auch unklar, ob es hier die Gerüchteküche, sie brodelte und zwar wurde gesagt, dass es so wäre, seine Tochter hätte geheiratet und er hätte sich in Schulden verwickelt. Und das ist natürlich, das Ganze ist unklar, ob es so war oder nicht, ne. Das muss hier erwähnt werden, klar, weil es ist ein Gerücht. Und ich sage euch auch, dass es ein Gerücht ist, weil ich zu einem anderen Fall, muss ich jetzt einmal kurz einen kurzen Break machen. Ich habe zu einem anderen Fall eine Nachricht bekommen und dass ich Lügen verbreitet habe. Ich sage aber euch jedes Mal, dass bestimmte Sachen Gerüchte sind oder dass ich das annehme und dass das meine Meinung ist. Dass es aber nicht zwingend das ist, was wirklich passiert ist oder ähnliches. Ja, das will ich hier nochmal einmal kundtun, genauso wie hier, ob das wirklich war, dass er sich in Schulden verwickelt hatte und wie auch immer. Das, wie gesagt, das kursiert, ist aber unklar, ob es wirklich so war. Ja, nun mal einmal dazu. Die erste Theorie ist hier das, was ich euch gesagt habe, dass es sich hier um eine Verwechslung handelte. Das ist nicht ausgeschlossen. Die zweite Theorie ist, dass es die gezielte Hinrichtung war und dass er sich eventuell mit den falschen Personen angelegt hat, beziehungsweise sich vielleicht von bestimmten falschen Personen Geld geliehen hätte. Ja, also mehr ist dazu leider nicht zu sagen. Ja, mehr Informationen habe ich da leider nicht zu. Und die Belohnung hier in diesem Fall, um den Fall aufzuklären, liegen oder die liegt bei 25.000 Gulden. Genau, weil wir sind ja hier in den Niederlanden. Und ja, Leute, das zu diesem Fall. Und ja, wie gesagt, 1994, also da ist schon wirklich so eine lange Zeit ins Land gestrichen, dass es wieder mal, denke ich, schwierig werden könnte, da den Täter oder die Täter ausfindig zu machen. Und natürlich ist klar, und ich kann da wirklich nicht irgendwie meine Meinung zu sagen, weil das wirklich einfach in diesem Fall auch wirklich sehr schwierig ist. Es kann eine Verwechslung gewesen sein, weil es morgens um sechs war und ich vermute, es war dunkel, dann kann das leicht, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen natürlich, zu einer Verwechslung kommen. Es kann aber auch sein, dass irgendjemand einen Hass auf ihn hatte, warum auch immer, und dann wirklich, dass eine gezielte Hinrichtung war. Also beide Theorien, da kann ich mich wirklich nicht entscheiden, was da wirklich genau passiert sein könnte. Ja, macht euch da eure eigene Meinung auf jeden Fall. Und wenn, dann könnt ihr mir die auch gerne dazu schreiben, würde ich mich sehr freuen. Und nur kurz zur Info, wenn ihr jetzt im Hintergrund irgendwelche Böller hört. Es ist jetzt 13.43 Uhr, Silvestertag. Und ja, ich musste jetzt hier leider Fenster ein bisschen anklappen. Und ja, es ist zwar ein bisschen kühl draußen, aber ich musste jetzt leider das Fenster aufmachen. Also wenn ihr da jetzt irgendwie was hören solltet, so an Böller oder so, ich muss ganz ehrlich sagen, das geht jetzt noch um die Uhrzeit. Und ja, ich dachte, ich setze mich jetzt einfach noch ran, bevor ich dann nachher unterwegs bin. Und ja, würde einfach sagen, dass wir jetzt einfach zum zweiten Fall übergehen. Wir sind dann hier in Deutschland und im Jahr 1981, es geht um den Mord an Sonja Hörler. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich ausgesprochen Hörler, aber ich lese das immer als Hörler. Also bitte verzeiht mir, falls das jetzt falsch ausgesprochen ist. Aber ihr werdet ja sehen, wie der Name geschrieben wird. Genau, in der Beschreibung. Also, ja, also Sonja wurde 1968 in Kempten im Allgäu geboren. Ihre Eltern trennten sich und 1981 war Sonja 13 Jahre alt und ging auf das Gymnasium. Es war der 4. Juli 1981, da war Sonja mit ihrer Mutter und dessen Lebensgefährten auf einem Stadtfest. Danach ging es dann in die Gaststätte Geflügeltes Rad. Dort blieben sie wirklich sehr, sehr lange und zwar bis zum nächsten Tag. Es war dann schon der 5. Juli gegen 1.30 Uhr ungefähr. Da hatte Sonja dann mit ihrer Mutter einen Streit und sie verließ daraufhin die Gaststätte. Sie wollte zum leerstehenden Haus ihrer Oma zu Fuß gehen und natürlich dort dann auch übernachten. Dort kam Sonja aber leider nie an. Am nächsten Tag, beziehungsweise am selben Tag ja dann, da hat die Mutter dann eine Vermisstenmeldung aufgegeben, weil sie Sonja dann wirklich gar nicht finden konnte. Nicht bei Freunden, Verwandten oder ähnliches. Nirgendwo war sie aufzutreiben. Es meldeten sich dann Zeugen, die in der bestimmten Nacht Hilfeschreie eines jungen Mädchens wahrgenommen hatten und sahen dann unter anderem, dass vier bis sechs Jugendliche ein umhilfeschreiendes Mädchen durch diesen Stadtteil zerrten bis hinter das damalige, ja das war so ein Jugendtreff, ja das hieß Tingers Treff oder Thingers Treff, ich weiß es nicht genau. Und genau, und hier wurden dann die letzten Hilfeschreie gehört. Ja, das meldeten dann verschiedene Zeugen und drei Monate nach dem Verschwinden wurde dann wirklich Sonjas Leiche gefunden und zwar unter einem Holzschuppen und das ganze 500 Meter nur von diesem Jugendtreff entfernt und die Todesursache konnte leider nicht mehr festgestellt werden, weil sie da schon drei Monate lag, aber man geht von einem Sexualdelikt aus. Und ja, was jetzt gemacht wurde, weil wie gesagt, das Ganze ist ja wirklich noch länger her als der erste Fall heute, das heißt 1981 und jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr, ich bin mir da nicht ganz sicher, ich habe da leider keine weiteren Details zu gefunden, wurde auf jeden Fall eine DNA-Spur gesichert. Und ja, es wurde da nochmal auf diesen Fall zugegriffen und es gibt jetzt wohl eine ganz große DNA-Reihenuntersuchung in diesem Fall. Also da müssen wir wirklich alle ganz, ganz doll die Daumen drücken. Ich habe noch keine Info, ob sich da irgendetwas ergeben hat daraus. Und wie gesagt, der Fall ist jetzt schon, ja, also 42 beziehungsweise 43 Jahre ist dieses Verbrechen schon her und da muss man sich mal wirklich überlegen und auch vorstellen, wie alt ist der Täter vielleicht zum damaligen Zeitpunkt gewesen. Ja, und natürlich könnte er noch leben, aber wenn er wirklich schon älter war, dann sieht es natürlich auch hier schlecht aus. Aber davon wollen wir ja nicht ausgehen. Wir wollen ja immer, dass es positiv ausgeht, dass wir, wir, in Anführungszeichen, Polizei und so weiter, meine ich jetzt eigentlich damit, da irgendetwas herausfindet, den Täter dingfest macht und vermisste Personen gefunden werden. Natürlich muss man dann auch, und das wisst ihr auch alle, bei vermissten Fällen davon ausgehen, dass die Personen nicht mehr am Leben sind. Aber wir sind alle immer positiv eingestimmt, denke ich doch und möchten, dass das alles positiv endet, ja, dass man die Person natürlich noch findet und, ja, leider ist es hier bei Sonja so gewesen, ja, man hat sie gefunden, aber man konnte halt leider nichts mehr für sie tun. Und das ist halt, finde ich, immer so schade, ne. Und, ja, Leute, wenn ihr da irgendwie noch Anregungen habt zu diesem Fall, zum Fall vorhin, oder zu anderen Fällen, die ich schon behandelt habe, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram. Ihr wisst ja Bescheid, time-forcrime, da bin ich auf jeden Fall am Start, wenn ihr schreibt. Würde mich da sehr, sehr freuen. Ich habe auch eine ganz, ganz liebe Nachricht bekommen von einer Zuhörerin, die auch andere Podcasts hört und, ja, die darauf reagiert hat, dass ich in einem der letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen habe, dass ich ja frei spreche und, ja, dass ich zwar ein Skript habe, aber versuche frei zu sprechen für euch, dass sich das vielleicht interessanter anhört und, ja, sie hat es definitiv, ich sage jetzt einfach mal bestätigt und auch positiv kommentiert, finde ich ganz, ganz toll. Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen. Vielen Dank nochmal für deine nette Nachricht, hat mich wirklich sehr drüber gefreut. Und, ja, Leute, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne erste Januarwoche, ja. Also, kommt gut in die Gänge oder vielleicht habt ihr auch Urlaub und, ähm, ansonsten hören wir uns wie gewohnt am Freitag wieder und, ja, bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und, äh, ciao! Musik 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 Musik